Wir haben nachts zehn. Dein Kollege, dass wir es aufhören, ist hinten. Muss das so? Tja, ja. Ist Licht, oder? Oh Gott sprach, es werde Licht. Da hinten läuft der Mott wie! Peng! Schönes Time. Raus! Du kannst kratzen, wenn du zu den anderen Ballern rennst. Du musst aufpassen, dass ich nicht nur eine Bogen lag. Du musst aufpassen. Ich glaube, du kannst mit dem Ballern zurückgehen. Fert. Du bist in der Nachtgabe. 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 Vielen Dank.